So. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise schon die ganze Zeit. Das wäre natürlich ganz fatal. Oder einfach nur schade. Fatal, naja. Maple Mount Country Club. Und der ist extrem weit weg. Ja. Wow. Wie er es irgendwie immer beim Start einmal laggt. So. Wie man sofort sieht, wer meine Gegner sind. Die, die hier wild hin und her fahren. Man sieht es, man muss gar nicht auf die Geschwindigkeit von denen achten, sondern einfach nur... Wer fährt hier... Wow, was zur Hölle. Wer fährt hier links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts und fährt... Stell dich gegen die Wand. Das sind meine Gegner. So. So. Den nächsten möchte ich gerne rein. Links. Gucken, ob er es auch will. Nein, möchte er nicht. Aber ich möchte gerne. Dann komme ich nämlich... Ja, gut. Das wäre eh einigermaßen egal gewesen. Aber okay. Wow. Ich sollte nicht so viel auf die Karte achten, sondern eher... Darauf... Wo ich fahre hier. So. Und hier einfach die ganze Zeit fahren. Wow. Jesus. So. Yum, 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 yum. Ja. Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht sehr spannend, hier eine Gerade zu fahren. Ähm. Wir sind auch schon gleich durch. Noch 200 Meter, 100 Meter und die können wir noch driften. So. Ja. So. Da haben wir noch ein Rennen. Okay. Aber ich möchte nicht unbedingt die ganze Zeit Rennen fahren. Das ist auch langweilig auf Dauer. Also nicht nur für euch wahrscheinlich, sondern auch für mich. Ich mache mal ein Market Man. Das hier ist, glaube ich, eine Burning Route. Ist das eine Burning Route? Das konnte ich gerade gar nicht sehen, weil der überhaupt vielleicht zu schnell war. So. Market Man, ich werde wahrscheinlich verrecken. Und meine CPU ist bei 100 Grad. Hey. Alles klar. Ach, den hatte ich doch, glaube ich, schon mal und hab da kläglich versagt. Tschüss. Oder? Habe ich da versagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Tschüss, Mensch. Himmel. So, einmal hier lang. So. Die machen sich selbst kaputt, gegenseitig hier. So. Man muss ja nicht unbedingt sehr schnell sein, man muss einfach nur effizient die Gegner umklatschen. So. Und das war der Grund, warum ich hier lang gefahren bin und nicht einfach mal da oben durch den anderen Tunnel, weil hier geht es nämlich nach oben und über die andere Straße rüber. So. Der Spasten. Alter, Leute. Nehmt mich nicht in die Schere. Ich seh nichts mehr, so. Alter, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Ich brauch hier Action. Ich brauch hier Bum, 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 Mann. Oh, jetzt Wolfgang Amadeus Mozart, Alter. Leute. Nein. Apropos stabilerer Wagen. Ähm. Leute. Mit dieser Musik kann ich doch... Äh. Kann ich nicht arbeiten. Ähm. Es fährt da noch der Inferno-Van hier rum. Den muss ich mir auch nochmal holen. So. Ich glaube, die fahren auch nicht, äh, Abkürzungen. Was natürlich dann, wenn man die Abkürzungen perfekt kennt und so weiter, sehr viel bringt. Wow. Leute, ich möchte gerne eine andere Musik. Nein. Ach, ich bin schon durch. Katwa-Bremel. Du bist im Observatorium. In the observ... Sob-bäh. Du bist in the observ... Sob-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh-bäh angekommen. Ne? Obs-b-bäh. Opus Sol Sol. Life is life. No, 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 no. Life is life. Äh. Ja, das ist Opus, ne? Glaub ich. Du-du-du-du-du. Audiooption. War das hier oder online? Ich glaube hier, oder? Audio-Option anpassen. EA-Tracks. Spielen, spielen. Die Reihenfolge zufällig. So. Ist auf jeden Fall schon mal besser. Und dann F2. Ist das F2? Okay, fangen wir oben an. So, zurück. Ja, richtig, speichern. Und die Musik-Lautstärke etwas höher. So, ja, speichern. So. So, jetzt mal zufällig. Ariel Levine Girlfriend. Okay. Ist auch schon ein bisschen geiler als Mozart. Ja, ich bin kein Fan von so einem komischen Müll. So ein langsamer Scheiß-Dragon Force. So, genau das Gegenteil. Melodic Speed Power Metal. Wow. Yeah. Wow. Ah, so. Ähm. Einmal. Wow, was war das denn? Ich weiß. Ich hab grad Angst. Ich hab gesagt, was war das denn? Und die sagt, das war ein Flat Spin. Na ja, okay. Äh. Oh. Oh. Wow. Gut. Hey, hey, yo, yo. I don't want to curve. No way, no way. So. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Zeitrekord überbunden, was mir völlig egal ist. So. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Oh, da haben wir, da hat sich grade der Inferno-Van materialisiert. Materialisiert. So. So, ich fahre mal eben. Noch ist der PC an, obwohl er schon bei 100 Grad ist. Also die CPU natürlich, nicht der PC insgesamt. Meine Grafik hat es bei 45 Grad. Wow. Hallo, Boss. Schieß, Boss. Hey, hey, yo, yo. I don't want to go, Fred. No way, no way. Nein. Hey, hey, yo, yo. No way, no way. So. Oh mein Gott, mein Feed ist absterbend. Also, mein Fuß stirbt ab. Auf Deutsch. Nicht wirklich, aber, äh. Hallo, Carson Inferno-Van. So. 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 Ja, damit am besten gleich mal ein Stuntrennen machen. Das ist natürlich genau das Richtige. Ähm. So. Und damit wollen wir dann gleich mal die, 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 die Burning Route. Boah, ich hab grad voll Luft in der Speiseröhre. Speiseröhre? Ja, Speiseröhre. Ist nicht so geil. Ja. 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 Na. See. Vielen Dank.